In einer Wikiminute passiert viel, wie in diesen 60 Sekunden über Wikimedia-Projekte. In nur einer Minute verraten wir, ob die Wikipedia-Beiträge die Vielfalt der Welt widerspiegeln. Wikipedia kann von jedem bearbeitet werden und 300.000 Freiwillige tun dies jeden Monat. Aber da Wikipedia von Menschen betrieben wird, kann es Vorurteile verstärken. Das bereitgestellte Wissen hängt auch davon ab, wer daran teilnimmt. Das ist einer der Gründe, weshalb uns Wissen entgeht, das einen Großteil der Weltbevölkerung ausmacht. Im Jahr 2022 waren weniger als 20 Prozent aller Biografien in der englischen Wikipedia über Frauen. Die Zahlen sind noch geringer bei Menschen aus LGBTQI-Plus-Gemeinschaften, Menschen mit Behinderungen und Menschen aus Minderheitsgruppen. Doch das ändert sich. Wikimedianer arbeiten daran, Wissensgerechtigkeit zu erreichen. Eine Verpflichtung, sich auf Wissen und Gemeinschaften zu konzentrieren, die von Machtstrukturen und Privilegien ausgeschlossen sind. Wir können diese Lücken schließen und Wissen schaffen. Deshalb spiegelt der Inhalt von Wikipedia nicht die Vielfalt der Welt wider. Noch eine Minute Zeit, dann sehen Sie sich weitere Folgen der Serie an. Aufmerksamkeit! Komm, teuours wurde vom Éxant saisis-Gemeinschaftenštin! pearls close-nämonischen điềuvoll históriert, Tablo inner130 ups片, Lock飯, Foba, sprachриert und diffusere. Aus-Geminschafts-Gemeinschafts-Gannya Casasen mit ihrem größtenren Zentrum. Vielen Dank.